Bedingt bei mir. Untergraben. Nervig. So, jetzt gehst du mal nach Hause Bett bauen. Oder Busbau. Nee. Kannst du ruhig zugeben? Nee. Ich brauche auf jeden Fall... Ich will mal in die falsche Richtung nach Hause. Ich habe keine Ahnung warum. Ich will dich auf Ende... Ich will dich auf Ende... Okay. So, jetzt habe ich einen Spawnpunkt gesetzt. Jetzt ist doch wieder alles im Lot. Schauen, weil ich es nicht weiß, bei dem Mod. Hello, Treibstoff. Kannst du aus Ull herstellen? Zum Beispiel. Jo, nicht schlecht. Offen. Okay. 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 Also krass, wie gesagt, habe ich sonst immer die anderen Mods gespielt, da wusste ich immer alles hier kommt man immer dahinter wer für meine ich muss ja besser mhm 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 wo geht das nicht mhm ollie hilf mir was willst du was brauchst du was hast du ich muss an meinen es gibt der rf und eu strom also wettstormflaxstrom was ich zum beispiel mit der wassermühle hersteller und dann gibt es halt normal dann die andere stromsorte hier naja verstehe schon bei dem ich weiß nicht bei dem glasfasserkabel anschließend explodieren die maschinen das tue es nicht beziehungsweise die kabel explodieren die maschinen nicht aber ja doch muss ich wusste irgendwie aber ich weiß es nicht wie das immer zu handeln war ich gerade halt nicht was ist denn hier schon wieder hä komm raus geh auf den berg hoch krieg schaden au ah das sind die hässlichen bienen hier was mach ich jetzt damit die bienen kommen hinterher ich habe eigentlich nur pech hier bei maincraft oder was pack mir doch die eier die tut eu bitte ich das ich auch weiter oh ich 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 mir Were ich Nacht, geh mal schlafen. Das Insulated-Kabel nehmen. I'm going to sleep now. Kurios, kurios. Ja, wo das Bett steht, ist es auch immer falsch, ey. In die Wand gepackt, oder? Nein, das Bett steht in der Wand und ich krieg da einen Schaden, die ich aufstehe. Nein, kack. Okay. Ichcip's mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 hier breit